Moin Moin! Heute gibt es 16 Dividendenaktien für den Sparplan und zwar sind das, ich sag mal so Basis, die Basiswerte, ja so das Fundament für den Sparplan kann man sagen. Diese Aktien sind derzeit alle bei der Kostesbank besparbar und einen Großteil davon habe ich auch selber bei mir im Sparplan oder zumindest im Depot. So, ja beginnen wir auch direkt mit dem ersten, das ist Altria, Tabakkonzern, Lebensmittel, auch Wein, ja dann können wir sagen eine Dividendenrendite von 8%, ich meine das wäre sogar jetzt in diesem 16 Dividendenaktien, glaube ich, auch die größte Rendite, 8% erhöht die Dividende bereits seit 49 Jahren. So, dann schauen wir uns auch den nächsten an, das ist Procter & Gamble, 2,4% Dividendenrendite erhöht die Dividende bereits schon seit 63 Jahren, also einen wirklichen Dividendenkönig in diesem Sparplan, habe ich auch selber bei mir im Sparplan drin, ja aus dem Bereich Haushalt, kennt wahrscheinlich jeder Procter & Gamble. Dann der nächste, das ist ET&T aus der Kommunikationsbranche, zahlt seit 35 Jahren die Dividende, also erhöht die sogar seit 35 Jahren und hat eine Dividendenrendite von 5,4%. Hier sehe ich auch einen kleinen Fehler, den berichte ich auch gleich direkt, dann haben wir das hier auch weg, so, live. Dann haben wir den nächsten, das ist IBM, den habe ich auch schon sehr, sehr lange bei mir im Depot, eine Dividendenrendite von 4,4%, also auch relativ hoch in dem Bereich Software und erhöht die Dividende bereits schon seit 21 Jahren. So, dann haben wir die ersten vier, kommen wir zum fünften Wert, das ist Shell, also mal kein amerikanisches Unternehmen, sondern aus Großbritannien mit 6,3% Dividendenrendite, wie man hier sehen kann, aus dem Bereich Erdöl, will aber jetzt ja auch verstärkt in die neubaren Energie einsteigen. Ja, 0 Jahre, erhöht die Dividende seit 0 Jahren und dennoch im Basissparplan, also für die Aktien. Ja, zwar hat er das letzte Mal Shell vor 5 Jahren, 2014 glaube ich war das, die Dividende erhöht damals, aber Shell hat auch bereits schon seit 13 Jahren die Dividende nicht mehr gesenkt, also die ist halt auch recht interessant und durch die hohe Dividende von 6,3% gehört es, meiner Meinung nach, einfach auch in diesen Sparplan. So, dann der nächste, das ist Coca-Cola, ja ein alter Bekannter, ich glaube auch einer von Buffett's Lieblingen, seit 57 Jahren erhöht schon die Dividende, sehr stabil, 2,1% Dividendenrendite aus dem Bereich Getränke, kennt jeder und ich denke mal auch in 20 Jahren werden wahrscheinlich die Leute auch die Coca-Cola weiterhin trinken, deswegen für mich ein Must-Have in so einem Basis-Aktien-Sparplan. Dann der nächste Wert, das ist JP Morgan, ja, umstritten Finanzmarkt, kann man sich auf jeden Fall überlegen, ist auf jeden Fall, ja, kein Must-Have, habe ich übrigens auch nicht bei mir drin, aber dennoch interessant aus dem Bereich Finanzen, erhöht die Dividende bereits schon seit 9 Jahren und hat eine Dividende-Rendite von 2,7%, das Unternehmen selbst ist einfach sehr, sehr interessant, habt ihr auch von JP Morgan selbst die Biografie gelesen, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr interessant das Ganze. So, dann zum nächsten, Walgreens, ja, aus der Medizin, eine Dividende-Rendite von 3,3% und erhöht die Dividende auch schon seit vielen, vielen Jahren, 44 Jahren. Also auch vermutlich ein recht solider Wert, durch die Krise vielleicht, weil 45 Jahre ist ja schon nicht wenig, also hat schon mal die eine oder andere Krise mitgemacht und auch dort die Dividende erhöht. Also, auch da ein Auge mal drauf werfen. Dann haben wir so schon mal das halbe Dutzend, ja, also schon mehr sogar, haben wir schon 8 sogar durch, genau, haben wir die Hälfte durch, dann kommen wir zum nächsten, Johnson & Johnson. Auch hier ein alter Bekannter, ein Aristokrat mit 2,8% Dividende-Rendite und eine Erhöhung seit 57 Jahren, also auch erhöhte Dividende so wie Coca-Cola seit 57 Jahren im Bereich Pharma. Dann zum nächsten, Unilever, der zweite europäische Wert in diesem Sparplan-Depot ist Unilever, 2,9% Dividende-Rendite, erhöht die Dividende seit 31 Jahren. Aus dem Bereich Haushalt wird wahrscheinlich auch die meisten kennen, unser niederländischer, ja, Nachbar. Ja, so, dann Nestle aus der Schweiz. Hier ist es schwierig derzeit mit dem Sparplan, weil die Schweiz und ein bisschen Probleme derzeit, einige haben jetzt die Sparpläne ausgesetzt. Normalerweise gehen die Sparpläne, da muss man sich überlegen, ob man, ab wann es wieder funktionieren wird. Auf jeden Fall auch ein interessanter Wert, gehört meiner Meinung nach auch in jeden Basis. Sparplan aus dem Bereich Lebensmittel, der größte, erhöhte Dividende schon seit 23 Jahren und hat einen Dividende derzeit von 2,3%. So, dann haben wir McDonalds, auch hier ein alter Bekannter, erhöht die Dividende auch schon seit 43 Jahren, hat auch schon die eine oder andere Krise mitgemacht und hat dennoch die Dividende immer weiter angehoben. Aus dem Bereich Restaurant, also Fastfood, Franchise und halt auch ein großer Immobilienbesitzer, wenn nicht sogar einer der größten der Welt. Die Dividende-Rendite liegt derzeit bei 2,2%. Ja, etwas teuer, lag schon mal besser bei 2,7, 2,8, ist das schon angenehmer, aber Qualität hat halt seinen Preis. Und beim Sparplan ist es sowieso halt nicht so wichtig, weil man jetzt genau einsteigt, vielleicht nächstes Jahr wird es wieder günstiger, dann kauft man halt wieder günstiger ein. So, also auch ein, für mich ein Must-Have, auch in meinem 18-Sprang vorhanden, McDonalds. So, dann der nächste Wert, kommen wir zu den letzten schon, Novo Nordics aus dem Bereich Pharma, auch hier ein europäisches Unternehmen, haben wir auch schon mittlerweile, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, das 4. Unternehmen, Novo Nordics, Pharma-Unternehmen, erhöht die Dividende seit 18 Jahren und 2,3% Dividende aus Skandinavien. Ja, dann kommen wir zu den letzten, Pepsi, auch hier ein alter Bekannter aus dem Bereich Lebensmittel, zähle ich mittlerweile nicht mehr so ganz als den Konkurrenten Coca-Cola, weil die auch mittlerweile, glaube ich, schon 54, 55% mit Snacks verdienen, Umsatz generieren, nur noch, weiß ich gar nicht, 46, 47% über Getränke. Erhöht die Dividende auch schon recht lange, 47 Jahre und eine ähnliche Dividende-Rendite wie Coca-Cola mit 2,8%. So, auch für mich ein absoluter Must-Have für so einen Basis-Aktien-Sparplan. Habe ich auch übrigens bei mir meinen Sparplan drin. Dann kommen wir zum vorletzten Qualcomm, 3,2% Dividende-Rendite, erhöht die Dividende schon seit 15 Jahren aus dem Bereich Hardware. Habe ich nicht im Sparplan-Depot, aber in meinem regulären Depot, wo ich, glaube ich, 2017 mal als Einzelkauf getätigt habe und bis jetzt noch nicht bereut habe. So, dann kommen wir zum letzten. Das ist 3M mit einer Dividenden-Rendite von 3,4%, relativ gut dabei hier und eine Erhöhung der Dividende seit 61 Jahren. Also der zweitgrößte Wert nach Procter & Gamble mit 61 Jahren aus dem Bereich Industrie. Die meisten kennen ja Post-its. Und ja, das waren jetzt die 16 Dividenden-Aktien, die man für den Sparplan halt nehmen könnte. Keine anderen Beratung, nur halt Inspiration. Vielleicht ist ja der eine andere Wert dabei für den einen oder anderen. Wie gesagt, die meisten von diesen Unternehmen habe ich selber einen Sparplan. Das sind wirklich Basiswerte, große Unternehmen, die wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren immer noch da sind und ihre Produkte an den Mann bringen. Ja, dann war es das für dieses Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.